Ich bin Thomas Schmid, ich bin Schweizer Rallye-Fahrer. Ich habe schon seit Jahren, als ich noch klein war, mit Simracing angefangen zu Hause, einfach Offline-Rennen gespielt. Und dann habe ich schnell gemerkt, als ich im realen Motorsport angefangen habe, dass das wirklich etwas bringt, dass man im Simracing Basisreflex gut lernen kann. Auch wenn Fliehkräfte fehlen, es ist wirklich eine riesige Hilfe. Ich bin dann auch am 15. Jahrhundert Schweizer Autocross-Meister geworden. Ich bin dann im Rallye-Sport umgestiegen. Auch dort habe ich zuhause wieder Rallye-Spiel gespielt und bin sofort wieder bei Deluxe. Und jetzt hier die Simulatoren von Racing Fuel Academy gefallen mir einfach mega gut, weil das Force-Feedback ist wirklich mega gut. Also mir kommt mega schnell ein gutes Gefühl rüber. Und auch Pedale, also das Feeling ist wirklich sehr realitätsnach. Und darum sieht man auch, dass die realen Rennfahrer, die hier am Landstand fahren können, dass die auf Anhieb schnell sind. Und das beweist, wie nah an der Realität die Simulatoren fängt. Wir sehen uns jetzt. Bis zum nächsten Mal.